UNTERTITELUNG Ist das ein echtes Tier? Das sind Sie und. Erkennst du mich nicht? Was jetzt? Hallo, ich bin deine Tochter. Freut mich, dich kennenzulernen. Langsam, langsam, langsam. Ja, 18 Jahre ist ja. Was machst du den ganzen Tag? Das ist Geld, das uns zusteht. Meiner Mutter und mir. Ich brauche ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Ein Vortrag. Glaubst du, dass der Ricci ein Liebeswirt der Ricci ist? Emilia. Emilia. Emilia.